Oh, Bobby! Und ihre Karriere! Pimbuli! Ja? Wo sind meine Schuhe schon wieder? Hab ich doch keine Ahnung! Du wirst ja wohl wissen, wo sie sind. Du packst sie schließlich immer weg. Nein, ich hab aber wirklich keine Ahnung. Musst du mal gucken, wo sie sein können. Ach, es ist wirklich schwer für mich, Beruf und Privatleben zu trennen. Oh, nein! Ah! Ich hasse das! Nachdem sich Barbie wieder aufheben konnte, ging sie zur Tür. Ach, diese Hunde immer. Ja, naja, ich kann. Barbie ging aus der Tür. Ah, ich hab meine Schuhe gefunden. Nachdem sich Barbie wieder aufraffte. Barbie, wie fühlen sie sich jetzt? Ich glaub, ich bin nicht grad in der Position. Ich hab grad meine Schuhe gesehen. Ich hab ganz vergessen, wo sie sind. Leiden sie an Alzheimer. Nein! Nein! Ich bin nicht süchtig! Nein! Pimbuli! Was machst du da? Oh, scheiße. Pimbuli, hast du gerade masturbiert? Äh. Nein, Barbie, sowas tue ich nicht. Pimbuli, lüg mich nicht an. Nein, ich habe wirklich nicht masturbiert. Pimbuli, ich muss mit dir über meine Karriere reden. Es geht einfach nur drunter und drüber. Ich weiß nicht mehr, was ich mache. Ich wüsste da schon so einiges, was du machen könntest, damit ich dir bei deiner Karriere helfen kann. Ah, Pimbuli, nein. So meinte ich das eigentlich nicht. Aber okay, naja. Ich will unbedingt Tierärztin werden. Ich will Tierärztin werden. Hörst du das? Nein, was soll ich denn hören? Pimbuli, hörst du diese Geräusche? Ja! Pimbuli, geh gucken! Ich habe Angst! Ach, geh du mal gucken. Pimbuli, Mann! Scheiße. Glück. Was tut man jetzt, wenn man vor der Tür steht? Öffnen, Barbie. Ah, ah, ja, stimmt. Oh mein Gott, was ist das? Ah! Oh, was ist denn hier schon wieder? Oh, was tut sie denn hier schon wieder? Sie hat die Treppchen aufgehangen. Da ist niemand. Oh, dann muss ich in ihrem Raum sein. Komm, wir gehen gucken. Barbie? 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 Komm! Barbie, was ist los? Ich weiß zwar gerade nicht, was mit dir los ist. Aber es wird sich klären. Ich leg mich jetzt einfach mal hin. So, wir als Kamerateam sind mutig genug und gehen hoch. Barbie, was ist los? Ich habe ein Rehbaby gefunden. Ich stand vor unserer Tür. Es wird meine karriären Durchbruch total in Schwitzen bringen. Allerdings, du schwitzt auch ganz schön. Oh, Schluss jetzt. Guck es dir an. Ist das nicht toll? Ich will der Ärztin! Ich will der Ärztin! Barbie schaffte es nicht, Ärztin zu werden. Somit ist dieser Film auch zu Ende. Und da ist der Film auch zu Ende. Wie이는 schon wenn ich lege.